Meine Frau sofort den Notarzt angerufen, kam da dieser Sascha-Hehn-Verschnitt vorbei, sagt, oh Herr Schmidt, Sie gefallen mir gar nicht, sag ich, ja, du sollst mich heilen und nicht heiraten. Hat er mich abgetastet, gemeint, oh Gott, du bist ja süß. Und willst du, stell dich mal hoch, ja genau, und immer, waaah. Darf ich dich mal hochheben? Nicht auf die Straße rennen, nicht auf die Straße rennen. Guck mal, dein Helm ist auch schon gestanzt, zack, nehmen wir einfach mit nachher. Wunderbar. Nein, ähm, jetzt hab ich den Text vergessen. Mama, wo war ich? Auf einem gebrochenen Bein. Und der andere war so ein alter Mann, Herr Koslowski. Herr Koslowski, der sah mal gar nicht gut aus, kein Wunder. Die Medizin tröpfelte durch einen kleinen Schlauch in ihn hinein. Ich den Hahnrohr nicht aufgedreht. War der Alte nur am Kichern. Dankeschön. Und auch die Nachtschwesterei, die wollte meine OP.